Moin zusammen und willkommen zurück zu Lone McLonegan. Oh, warte mal, bevor wir hier starten, ich möchte mal die Musik wieder runterdrehen. Das ist mir einfach zu laut back. Jawohl, continue. So, okay, viel besser. Das dröhnt ja in den Ohren. Hier, Tomahawk. Und, kann ich jetzt schießen? Wow, you've got the MacGuffin, the Grandmaster Rear Fatten in this brand. Genau. Sehr gut. Ich weiß. That's right, now on the best guns. Ja, in the West. Ja, ja, wahrscheinlich. Not so fast, cowboy. You better train a little if you don't want to lose the duel. Ja, klar. Or someone has to kill me. Remember? I don't want to lose the duel and get killed. Ja, that's true, of course. Wie, warte mal, aber das ist alles. Das mehr kann ich jetzt nicht, kann ich nicht mit ihr noch irgendwas. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwas cooles passiert hier. Warte mal, so. Danny, can I try? I don't think I'm going to handle my art. I've been in business for years. Was? Would you teach me? Would you teach me? Jetzt müsstest du mich doch teachen, oder? You bring your own gun, Kind? Ach, wir brauchen noch eine GUN. Oh, nein. You want another gun. You want another gun. Let's see me a weapon. Ja, okay. Ich nehme einfach RAR. Was? Another joke? Ja, ist schon gut. Ja, sorry. Okay, don't get angry. Okay, gut. Ja, bye. So, also, was? Okay. Aber das heißt, jetzt mit dem Tommer können wir noch nichts machen. Wir brauchen tatsächlich eine Shotgun oder irgendwas. Also, eine GUN. Ja, okay, aber das können wir dann jetzt noch machen. So, mit dem sind wir fertig, mit dem sind wir, mit der sind wir fertig. Was machen wir denn jetzt noch mit dem? Wir haben ihm doch das Ding gegeben. Was braucht er denn noch? Good luck. Ja, ja, ja. Okay. Wir haben ihm doch das Ding gegeben. Ein Takuham. Einen Takuham. Einen Takuham. Ist schon der Koffiemaker? Nee. Don't think so. Okay, also irgendwas müssen wir offensichtlich noch kriegen. Irgendwas muss ich noch rausfinden. Was denn bloß? Hello. Hello, my friend. Come back tomorrow. Okay. Ja, aber was können wir denn jetzt noch machen? Mit ihm sind wir fertig. Go to the street. Yeah. Okay. Sind wir mit ihm hier auch fertig? Go to house. Old man. Nee, warte. Hello. Send you. Das haben wir doch schon alles, ne? Ja, ja, ja. Na. Okay. Ja, ja, ja. Okay, weg ist er. Kann ich dem noch irgendwas anderes geben? Go to street. Okay. Mit dem sind wir auch fertig, oder? Tomahawk. Better not. Ja, ja. Okay. Möchtest du Geld? Nee. Ähm, Musik? Wohl kaum. Möchtest du ein Taco? No way. Okay. Bucket? Bisschen Kaffee? Nein. Das nicht. Äh, Blanket vielleicht? Na. Ähm. Möchtest du ein Straw? No, don't think so. Das brauchen wir noch. Rack? No. Wolltest du den Button haben? Oh, er möchte den Button haben. Aber wieso möchte er den Button haben? Thank you. I don't know why I can use it though. Warum müssten wir ihm den geben? It's a mystery. Right? Ja. Take this tasty selbian salad. Was? Also mal ganz ehrlich, woher hätte ich das denn jetzt wissen sollen? Also, dass er den Knopf braucht? Ich meine, klar, er hat zwei an seinem Schlafanzug, aber... Was ist da? Serbian... Oh, warte mal. Serbian? War nicht der Bartender... It looks easy to prepare. War nicht der Bartender... Ähm, Serba? Hat er das nicht erzählt? Aber das finde ich jetzt unlosch. Warum ist das denn jetzt da drin? Hä? Ich meine, es gab keinen Hinweis darauf, dass er einen gebrauchen könnte. Wieso? Ah, das möchte ich mal als ein offenes Ende... Ja, 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 ja. Maul. Ein offenes Ende bezeichnen. Hier, kannst du damit was anfangen? Hey, Baumann. Ja. So. Und? Hey, Recipe for my country. Ja, sehr gut. Just the one for my grandmother used to make. Ach. Okay. Cool. I traded for this juicy pickle. Do you want it? Ja, klar. Wieso nicht? Juicy pickle. Ah, ja. Okay. Und juicy pickle ist... Das ist... Ja, natürlich. Pickle. Okay. Alles klar. Das ist die secret ingredient. Okay. Okay. Gut. Okay. Das funktioniert. Das ist auch logisch, dass das funktioniert. Aber das mit dem Knopf finde ich jetzt eben blöd. Okay. Okay. Juicy pickle. Hier, Taco Man. Wie wäre das denn? A pickle. Es könnte... Ja, genau. Das war der Plan. But I think I'm going to eat this one by... Was? Hey, I'll give you this promotion. A keychain from the fair. Oh, nö. Warum das denn? Wow, thank you. It's a piñata. A piñata... A key piñata... Oh my gosh. Was machen wir denn jetzt mit der key piñata? It's a keyring in the shape... Ein Ring. Seems very useful. It's a keychain in the house of a stage couch. Ja. Was bitte machen wir denn jetzt damit? Okay. Keine Ahnung. Meine Güte. Ähm. Kann das... Kann die das... Kann die das gebrauchen hier? Also wenn überhaupt irgendjemand hier aus dem Laden oder... Ne, warte. So. Hier kannst du das gebrauchen. Oh, warte mal. Da sehe ich gerade noch einen Stern. Oh. No thanks, I love piñatas. Okay, cool. He'll keep my own keychain. Alles klar. Okay. Das dann nehmen wir noch mit. Jawohl. Gut. Was hat sie uns gegeben? Ein... Spur keyring? Eine shape of a miniature... Spur... Äh? Was ist Spur? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wofür können wir das denn verwenden? Ähm. Okay. Keine Ahnung. Hey, Leute. Ist mit euch noch alles klar? Hallo? Äh... Ähm. Ja, okay. Gut. Das ist der alte Graf. Gut. Äh. Aber was machen wir damit? Kann die Dame im Shop, das wäre das Einzige. Irgendwas mit Miniature, sie sammelte doch Miniature, genau das war doch die Dame im Dings da, sammelte doch in diesem Shop, sammelte doch irgendwelche Miniaturen. Ist das was für sie? Best guess. Okay, und rein, go to the store, ja hallo. Okay, so hier, guck mal, kannst du mir damit was Anker fangen? You may be interested in this. Ah, a keyring in the shape of a Spur, was immer in Spur ist. And with a little use. I can exchange it for a candy cane. Also with a little use. Ja klar, warum nicht? Okay. I love candy cane. Candy cane. Oh, warte mal. Candy cane? Ist das was für... Das könnte was für den Sheriff sein. Ja, 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 ja. Blablabla. So. Ist das was für den Sheriff? Okay, lass mal sehen. Hier. Der wollte ja irgendwas Süßes oder so. Ja, sieht... Nein, sieht nicht so aus. Was? A kind of candy. Was? It could be... I found milk before it could eat it. Was? Okay. Okay. Aber was machen wir dann stattdessen damit? Okay, warte mal. Können wir das kombinieren mit dem... Mit dem Bubblegum? Nee, Bubblegum sind wir los geworden. Okay. Womit können wir das noch kombinieren? Po. Mit dem Taco. Na. Mit dem Kaffee. Nöp. Mit dem... Wo können wir denn Zucker verwenden? Hier. Better not. Okay. Letzte Möglichkeit. Äh... Hier. Okay. No better not. Okay. Pff. Was stattdessen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann da noch irgendjemand Candy gebrauchen? Nee. Keine Ahnung. Brauchst du Candy? Ähm... Ist mit dir irgendwas? Hier. Können wir hier irgendwas tun? Kann der das gebrauchen? Keine Ahnung. Möchtest du? Nee. Der wollte... Der wollte kein Candy. Der wollte... Ähm... Do you want this candy cane? Of course. Hat er nicht gesagt, er wollte Tobacco? Ach so. I quit smoking. You have my shoe Tobacco. Okay. Ja gut. Mit dem weiß ich immer... Yuck. The can is open. Toll. And sticky. It's virtually untute. Mhm. Gut. Aber immerhin damit weiß ich was anzufangen. Tobacco... Nee, das war er hier. Er wollte Tobacco. So. So. Lass mal gucken. Du wolltest doch Tobacco. Bring Tobacco next time. I get... Blah. Finally. I needed a good can of chewing tobacco. Yeah. Mmm. Yeah. I give you this copper disc in exchange. A copper disc. I think it is an old coin. Wow. I always wanted to have my own small things. Dock copper disc. Dock copper disc. Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das... Doch warte. Das war doch... War das nicht hier noch offen? Ich bin unsicher. Ich bin unsicher. Aber ich glaube das war er hier. Guck mal hier. Wolltest du den nicht noch haben? Tatsächlich. And you would bring me the coin of the guards. Thank you. Aha. Okay. Here is the amulet. Hm. Always wear it. It will protect you. Das ist gut. Warte mal. Heißt das denn jetzt... Ähm. Das wird hier auch... Ne. Wir bauen immer noch die gun. Ne. Okay. Wir bauen immer noch die gun. Aber vielleicht kommen wir jetzt bei ihr weiter. Hm. Warte mal. Wo ist sie? Hier. Ne. Warte mal. Das amulet. Das wollte die... Nicht sie haben. Ne. Das wollte die... Die Dame hier aus dem Pudoladen haben. Ähm. Hier. Ah. Sekunde. Moment. So. Wollte sie das nicht? Ja. Lass sehen. Lass sehen. Lass sehen. Wow. Magic. Ja genau. Hier. Ist das nicht für dich? Das ist für dich. Okay. It's just what I needed. Ja. Ich dachte mir sowas. Take this Indian feather. It has magical powers. Okay. Dankeschön. How cool. What powers? For example. The eccentric of tickling. Äh. Was? I don't know why I think I get ripped off. Ja. Das Gefühl habe ich allerdings auch. Okay. Was machen wir... Oh my gosh. Was machen wir denn jetzt mit der Feather? Zum Hutladen, ne? Great on a hat. Genau. Okay. Gut. Dann lass uns mal zum zum Headshop gehen. Mal gucken, ob wir da was erreichen. So. Hallo. Da bin ich wieder. Hier. Was ist mit dir? Kannst du da irgendwas mit machen? Irgendwas mit anfangen? Kann sie... Hey. What a wonderful feather. Ja. Nicht wahr? In a great one of my hats. Here I traded with a great Indian arrow hat. Okay. Ja. Cool. I was thinking to use it as a hat ornament. But I think it has more your style. So. Glaubst du das? Hm. How strange. I was sure it was around here. Das. Wie jetzt? Was machst du da? Ah. Da hat sie es. How cool. Ja. How cool. Error hat. Um. Okay. Okay. Das ist cool. Braucht das der Typ aus dem Weapon Expert? Weapon Expert. Weapon Expert. Okay. Weapon Expert. Gut. Wir müssen also wieder zur Funfair. Und mal gucken, ob sie da noch Bock drauf hat. Ja. So. Was hältst du denn hier von? Und? Okay. Okay. This error looked great in my collection. Hm. Na gut. Hey. I just finished this novel. Will you trade it for the error hat? Ach. Klar. Natürlich. Warum nicht? Was? Die ist hin und her getauscht, ne? Oh man ey. So. Ähm. Novel. Wer... Wer möchte through the cowboy novel? Das ist doch für... Ah. Wo sitzt der Typ noch? Äh. Ist das nicht in der Augen wahr? Äh. Aber wer war denn das noch? Hm. Wer war das noch? Er war's nicht. Hä? Möchtest du das haben? Möchtest du das haben? Solitary Guy? Ne. Wer war das noch? Wer... War noch in den Büchern? Ähm. Ne. Better not wise mess with him. Ne. Das war doch... Hm. Ist der Banktyp wieder da? Wir müssen noch ein Deposit machen. Für den... Für den... Für den Kerl. Nein. Ist noch nicht wieder da. Okay. Gut. Dann nicht. Go to the street. Hm. Pairshop? Ne. Er war's nicht. WC ist auch nicht. Warst du das? Ne. Sie hatte... Gesagt sie... Ne. Oder? Warst du das hier? Novel? Susan? Interesting. Is there any way to get more units? Ne. Das ist es nicht, ne? Ähm. I'm afraid not. That's not good to me, but thanks anyway. Ne. Das war's nicht, ne? Ne. Sie hat das noch... Ne. Wer war denn das noch? Ähm. Die... Oder der in... In No... In Novels war... Hm. The Thrilling Cowboy Novel. Okay. Ne. Äh. Halt. Nein. Warte. Uh. Hilfe. The Famous Indian Tamahawk. Oder war das doch er hier? Keine Ahnung. Muss ich ausprobieren. Ja. Bisschen schneller, bitte. Okay. So. Hier. Kannst du damit was anfangen? Ich war sicher, einer von denen hätte schon mal was erzählt. Okay. Another I've not read. Oh. Okay. I think of something around you traded. Ja. Das ist gut. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay. Are you interested in the screw? Eigentlich nicht so wirklich. It has a very rare size. Ach. Ja. Warum nicht? Ja. Okay. Screw. Eine Schraube. Wer hat denn hier eine Schraube locker? Ach du liebe Zeit. Warte mal. Brauchte der Typ von dem... Von... Nee. Warte. Warte. War das nicht der Typ von der... Äh. Von der Fair? Der noch eine... Screw brauchte? Weshalb er seine... Seine Can Opener nicht fertig bekam? Okay. So. I have no reason to give it. Okay. So. Wahr nicht. Wer war denn das dann? Okay, wenn wir schon mal hier sind. Haben wir lange nicht gemacht. Na, hello my friend. I'm selling wonderful can openers. Yeah. Interested? Ahh. Can I take a lot of interest? Ich nehme nachher eine Broschüre mit. I don't have anymore. I should have wrote more. Ja. Verrückt. Okay. Okay. Nee. What can I open? Das hatten wir schon, ne? Guaranteen your money. And you can. And you can. Das hatten wir schon. Das hatten wir alles. Okay. I'll take one. Perfect. Place on a Mississippi near the community. Ja. I need this. Das haben wir schon. Mississippi. Um. Sell me one more. Right now I only have this one as a sample. Hmm. No madman would walk around with all his skirts on him. Too many outlaws. Aha. Ja. Natürlich. Klar. Sicher. Natürlich. Anyway. This one is broken. It's in a small crew. Ach. Guck so. Na. Sieh an. It's very rare size. Ah. You mean you break it down easily? It feels good to repair. Lalalala. Yes. Oh. No. Okay. Okay. Aber warte mal. Wenn wir den. Können wir den. Hier. Was ist. Geht das jetzt? Jetzt geht's. Okay. I'm maybe able to use the screen right now. Let's have a can opener. Ja. Okay. Können wir das dann mitnehmen? Können wir das dann haben? Aber ich wüsste nicht wofür. I don't know if we can change it. Let me see. How about this orchid seeds? Ja. Klar. Natürlich. Warum nicht? Orchid seeds. Okay. Okay. I love plants. Yay. Okay. Wir haben orchideen seeds. Ist das für den Typen, der Blumen gesehen hat? Weiß ich nicht. Probieren wir aus. So. Hier. Da. Der da. Der hat uns auch schon mal angemacht. Von wegen siehst du die Blumen hier. La la la. Und so. Mal gucken, ob der damit was anfangen kann. Jo. Bin zurück. Hi. Oh. Okay. Er kann damit tatsächlich was anfangen. Ich habe einen Lauf. Maybe you're not as bad as I thought. Here I give you a bottle of my perfume. Oh my gosh. Was machen wir da mit dem bottle of perfume? Er sieht aus wie ein ladies perfume. Sollten wir damit zur lady gehen? Warte mal. So. Go to all alone. Genau. So. So. Hier. Ja. So. Dann lass mal gucken. Vielleicht kriegen wir sie damit rum, dass sie irgendwas für uns tut. Irgendwas werden wir noch mit dem machen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich einfach nur gewesen ist, um hier den Kenn-Owner zu kriegen. Interesting. Is there any work? Okay. Nee. Das ist der typische Spruch, ne? I'm afraid not. Okay. Hmm. Good for me, I think. Gut. Das also nicht. Okay. Perfume. Wer kann noch Perfume brauchen? Its content is alcohol. Okay. Das war der Hinweis. Sehr gut. Vielen Dank. Ähm. Dann gehen wir mal zu... Äh. Hier war's, ne? Da scheint mir gerade sehr viel hin und her gerendet zu sein. Oder kommt mir das nur so vor? Hier vorne. Hier, da ist doch der Typ mit dem genau der da. Hier, kannst du damit was anfangen? Drunk. Drunk. It's almost... This is almost... Oh, okay. Best I've ever seen. Na, guck mal einer an. I can't pay you for it. But I can give you a nice price. Natürlich. Was hast du denn noch? Do you want this harmonica? Äh. I always want... Oh, warte. Eine Harmonica für den Typen vor der Bar? Okay. Es ist wirklich viel ja ein integrierender, ne? So. Okay. Da sind wir. Hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Könnte natürlich auch für den, für den Kerl da sein, der da rumhängt. So. Hier. Guck mal. Möchtest du? Larry Halfman. Ja. Er möchte harmonica. Ja. Hab Spaß damit. Such noise wouldn't say a thing. Ja. Ich hab befürchtet so. It might be able to get some coins by playing. Ja. Kann schon sein. You have a chocolate bar. Okay. Alles klar. Weiter rennen. Dankeschön. Yum yum. Genau. Chocolate bar ist für... Wieder hier. Ist für den Priester. Da. Go to church. Nun. Hallo Priesterlein. Ich hätte hier was. Ist sogar unverpackt. Yum yum. Take this gingerbread cookie in exchange for your chocolate bar. Gingerbread cookie. Was mach ich denn damit? Oh man. A gingerbread man. Yeah. Okay. Okay. Oh my gosh. Christmas morning. Christmas morning. Christmas morning. Oh warte mal. Ist das das richtige? Moment. Das könnte das richtige für den Sheriff sein, ne? Alter. Ja. So. Okay. Na. Dann zeig mal. So. Wir gehen da in die Alley. Und dann mal gucken. Good. So. Hier. Ist das das richtige candy für dich? A gingerbread man. I keep my company now. I'm hiding all alone. Okay. I'm hiding. Okay. Cool. So. I can't even. I'm the man who keeps your company. Ja. Und. Weiter. Only if I'm hungry. Hm. Here. You can have my peanut. My peanut. Was mach ich denn? Peanut. Peanut. Für den Vogel. Vielleicht. Für den Vogel. Keine Ahnung. Ähm. Saß die hier? Ich glaub die saß hier, ne? Ja. Ja. Genau. So. Da brauchen wir jetzt erstmal wieder unser Magic Dings da. Horseshoe. Okay. So. Mal sehen. Ein Peanut für den Vogel. Hallo. Ich bin zurück. Na. Möchtest du ein Peanut haben? Sag mal. Granny. Hi Granny. Thank you. My little bird loves peanuts. Here. I'll give you this letter opener. Oh meine Güte. When I was young I used it to defend myself. Hm. But I don't need it anymore because you have a gun. Thank you. You really don't need it anymore? Nope. I have my coat hidden under my blankie. Oh. Good. Okay. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich noch wieder irgendwo hin zurück tauschen oder so, ne? Was machen wir denn mit dem Letter Opener? Ähm. Ist das jetzt eine Sache für die Lady in dem Post Office? Post Office. So. Langer Ladeschirm. Warum? Okay. So. Hier. Da. Okay. So. Hier. Okay. So. Okay. Möchtest du einen Letter Opener haben? Ja. What a wonderful Letter Opener. Okay. Thank you. Hey. You got a pencil from the Post Office. Okay. Pencil. Pencil. Warte. Hat uns auch schon jemand nachgefragt? War das nicht die? Äh. War das nicht sie hier? Okay. Na da. Gut. Gehen wir mal hin. Da müssen wir aber wieder anschubsen, ne? Warte. So. Nein. Auch nicht. Go to Dawn. Wir können einfach Go to Dawn. Okay. Go to Dawn. Hallo. Go ahead. Ja. So. Wolltest du nicht den Pencil haben? Ja. Sie war's. Okay. Thank you. I could really use it. Na. Wenn du saß, saß. Hey. Can you do me a favor? Klar. Was immer du möchtest. I'm a big fan of wrestling. Was? Really? Yes. Äh. It doesn't seem the style. Hm. I've practiced for many years. Was? Okay. Okay. The truth is I haven't here. Pants of the bomb crusher. Okay. Uh. He won 37 fights in a row with them. Okay. He left them here. Can you return to him? Klar. Wieso nicht? Natürlich. Läuft. Okay. Yuck. Hmm. I think the wrestling pants is not this. Wieso? Was? Should I have washed them at least? Eegit. Eegs. Oh my gosh. Eegh. Underpants. Eegh. Every channel. Eegh. 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 Okay, gut. Ja, 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 ja. So, a riddle contest. I'm in. A riddle until E2 fails. I start. Well, it belongs to you but after you use the money more than you do. Buz? Hmph. Hey, it's G-Buddy. I got it right. That was the one. Your turn. Okay. I'm everything and I'm nothing. What am I? Can I just normal hear? I'm nothing. The void. Zero point energy. The air. The air. No? What is the answer? Hmph. I see one my friend. Congratulations. Warte, 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 warte. Stopp. Da passiert gerade was. No, this really would beat me. I'm in a fight. Goodbye, my friend. Warte, warte, warte. Das lass mich mal rausfinden. Das ist doch irgendwas. Wir brauchen doch noch so ein Passwort, um in dieses Ding da zu kommen. Ähm. Wie kam ich da jetzt eben hin? Trying to fight you. I can't dare. Afraid. Na, la, 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 la. Okay, das war's nicht. Wie kam ich da nochmal hin? Äh. Of course. Oder was war's, ne? Ne. Ne, das war's nicht. La, 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 la. Ne, das war's nicht. Äh. Nochmal. So, das war das Erste. No thanks. Of course. Ne, da kommen wir nicht mehr weiter. Shit. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das ist nicht. Okay, shit. Ich hab's vermasselt. Glaube ich. Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Hm. Ich hab's vermasselt. Mal gucken, ob wir da trotzdem jetzt rankommen. Oh je, oh je, oh je. Ich hätte besser aufpassen sollen, ne? Ne, doch. Ja. Okay, hier. Zack. How is it? Uh, Quinn, the Seven of Hearts. Boah, so das ist jetzt gewusst. Are you Johnny Bluff? We are waiting for you. Of course. John Bluff himself hat mir in the Password. Auf. Das letzte ist es, ne? Das ist neu dazugekommen. I see you know. Brown Crusher. Hm. Sure. He's a good friend of mine. Really? The Seven of Hearts has no friends. Hm. At least one. Er. If you know him so well, tell me this. Was? How many fights? 37. Without changing his underpants. 37. 37. It's true. You can come in. Das freut mich sehr. Ah, wir sind wirklich drin. Oh, es hat funktioniert. Okay. Hello. Silence. The game is very important. Okay. Okay. It's practically a war. Can I play? Play more? Ha. You wouldn't last five minutes. Hm. A pretty good, tough guy. Have you ever been sublime with the son of the battlefield? Okay. Er. We're in rhythm with the mystery of the cliff. Yeah, 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 yeah. Okay. It's good. It's good. Formed alone at night. Slaughtery of the soldiers sleeping there. Ugh. And then realized you had a wrong target. Was? Was hast du getan? You've killed the entire regiment of your own army. Oh my gosh. Er. No. Then get out. Come back when you have a uniform and a few medals. Was? Das auch noch? Oh, Leute. Kommt schon. Ernsthaft? Kommt nochmal. Hello. Silence. Lalalala. This game is... Who's winning? Me. Oh. You? Ha. You couldn't win a battle or a poker game. Hm. Oh, it looks like I'm pretty nervous. Okay. Vielleicht können wir das nutzen. Ja. Anything could make them jump and provoke another war. Interessant. Okay. Aber das Letzte will ich ja noch fragen, bevor wir weitermachen. This game is... Oh. Sorry. I was leaving. Das war's. Okay. Gut. Alles klar. Beim nächsten Mal sehen wir uns ja weiter um. Und ja. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Alles klar. Haben es gut �ential cruise. Tod rumah. Das war's. Tschüss. Na USA, du'sselher. war. Woah, derá, balls. ANSöffent salute waktu. Undtails. Ten backs ambassadors.